Willkommen zur letzten Folge in dieser Session bei State of Decay 2. Wir fahren jetzt zurück in unsere Basis, wählen dann TET aus und starten die nächste Hauptmission. Upsi. Ich vermute mal, dass dann auch in der nächsten Session dann zumindest mit dieser Karte erstmal Schluss ist. Haben wir einen Freak oder so dabei? Nö. Das waren glaube ich alles gepanzerte, oder? Und Schuss. Ihr seid doch noch nicht weiter gekommen. So. Ja, wie sieht es denn in der Basis überhaupt aus? Muss ich da schon reinlegen? Lebensmittel können wir machen. Und Bauzeug auch. Sehr gut. So, TET. Die Koalition vor allen Dingen. Das heißt ja im Prinzip, müssten es ja mehrere Gemeinschaften sein, ne? So, wir sollten auf jeden Fall nochmal Muni mitnehmen. Ja klar, jetzt auf eh mal wieder. Die einzige Heilung. Ich würde sagen, das klingt, als ob wir tatsächlich da vielleicht, äh, Zeug brauchen. Ja. Upsi ist doch. Keine Munition mehr dafür. Dann müssen wir welche herstellen. Was ist denn das? 45er. 9mm. Wo war denn das? 45er. 45er. Oh ja, wäre immer noch eine Schottie da. Die hat doch nichts zu suchen. So. 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 Persönliche Todeszone. Aha. Wird vermutlich eh der Letzte sein. Ach, hier vorne auch schwul. Warum sind die auf feindlich schon gestellt hier vorne? Hm? Chad. Ich kann es nicht, ob wir. Ich weiß nicht. Bitch. Ich kann das nicht machen. Ich kann es nicht tun. Um, yo. Okay, dann können wir weiter düsen. So, ich bin gespannt. Wir sind scheinbar... Ich bin sicher, dass du richtig bist, Hon. Wir gehen bald die Lebensmittel aus, bringen uns etwas zu essen und sagt der Koalition, dass sie verschwinden soll. Hast du einen guten Tag. Wo soll ich denn jetzt hier Lebensmittel auftreiben? Restaurant. Das ist sehr praktisch. Gut, dass wir das noch nicht gelootet haben. Ich bin nicht alleine hier. So, hier bitte. Dankeschön, ich empfehle es. So, auf zum nächsten Ding. Das ist der kleine Wachtturm. Genau. Vielleicht sollte ich vorsichtshalber... Wir können ja das kurz hier auspacken. Einmal tanken schon mal. Das ist der kleine Wachtturm. Das ist der kleine Wachtturm. Das ist der kleine Wachtturm. Hallo? Der kleine Wachtturm. Dann macht's das. Das ist der kleine Wachtturm. Da bleibt ja nur das, oder? Sonst blinkt hier doch gar nichts. Jetzt war das verdammt Glück. Nehme ich mal Munition mit und das Ding... Ach, jetzt können wir auf einmal looten hier. Das Problem ist, wir können eh alles nicht mitnehmen. Nicht alles mitnehmen, so... Oh, ne Knarre, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Äh... Ich pack mal Molotow-Uranz. Oh, wir fahren einfach mal weiter jetzt hier. Zack. Dann wird das sicherlich jetzt auf den Kampf hinauslaufen. Wir hatten Zombies. Welche die wir erzeugen mussten. Dann jetzt welche die nicht da waren. Das heißt hier menschlicher Kampf. Was heißt... Ja, ich kann das nicht mehr! Ich kann das nicht behalten. 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 Ich finde es interessant, dass bei beiden Menschengruppen zwar darstellt, dass es wahrscheinlich ist, dass sie feinsinnig werden, aber dass es nicht passiert ist. Ei, 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 ei. Ich fahr hier in Chess zusammen. Ich kann das nicht behalten. Ich kann das nicht behalten. Natürlich kannst du in. Du bist fast Familie. Ja, danke. Unser solches Mittel ist mehr oder weniger alle. Könnt ihr uns helfen? Na klar. Dankeschön. Tschüss. 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 So, wo war jetzt die Übertragung noch? Ey. Das ist nicht das selbe Ding von dem Lager, was verlassen war? Die selbe Position. Da fahren wir noch schnell hin. Freak, oder? Machen die etwa meine Karre kaputt? Jetzt hätte ich auch zum Scheiß Kopfgeld hier noch fahren können. Kopfgeldhändler. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Die Sache hatte ich sagen. So, gleich sind wir da. Okay, hier bin ich scheinbar falsch. Ach, da haben wir es noch oben, alles klar. Ach, leck mich doch. Ich fühle mich leicht verarscht. Mal gut, dass man kein Rad zieht. Ja, sind wir umsonst hier hingefahren, toll. Dann gibt es hier jetzt das Aufnahmepäuschen, Spitze. Ich bedanke mich. Bis danach. Ja. 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 Ja.